Gegen Ende Juli 2022 veröffentlicht Kochfilms den Westernstreifen Wilde Pferde aus dem Jahre 1973 mit Charles Bronson in der Hauptrolle vom Regisseur John Sturges, der schon die glorreichen Sieben inszeniert hatte in drei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Es gibt eine nicht exklusive Cover-Variante, die es in Shops wie JPC, Saturn, Mediamarkt und Co. geben wird. Danach gibt es die Cover-Variante B, die gibt es Amazon exklusiv, nur bei Amazon zu kaufen. Und dann gibt es noch die hier vorliegende Cover-Variante C, diese ist Kochfilms Shop exklusive. In Wilde Pferde verkörpert Charles Bronson einen zurückgezogenen Charakter namens Gino. Der lebt auf einer Pferdefarm zwischen mehreren Gruppierungen, hält sich meistens aus allen Geschichten raus. Eines Tages verliebt er sich aber in die Tochter eines benachbarten Ranchers. Der verbietet ihn aber, seine Tochter zu heiraten, verzweifelt wie Gino jedoch ist, fällt ihm nichts Besseres ein, als die Tochter zu entführen, was dann den Rancher wieder auf den Plan ruft, der natürlich mit blutiger Rache droht. Vor uns liegen haben wir jetzt eben, wie gesagt, Cover-Variante C, Kochfilms Shop exklusive. Und wir sehen hier ein richtig schön gemaltes Artwork. Alle Cover-Varianten können sich ja sehen lassen, haben sehr schön gemalte Cover-Artworks. Und hier haben wir eben Cover-Variante C vor uns liegen. Ich halte euch das mal etwas näher in die Kamera rein. Dann könnt ihr euch hier von diesem gemalten Cover noch etwas besser von der Qualität und auch von der Druckqualität hier überzeugen. Wie üblich stimmen hier nicht immer ganz die Proportionen. Das war damals so, als es hier diese gemalten Cover vermehrt bei den Western-Filmen gab. War aber auch ein Stilmittel, der mir persönlich gut gefällt. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber mir gefiel das immer ganz gut. Auch bei Django oder anderen Veröffentlichungen haben wir das gesehen. Auch Adriano Celentano und andere so italienische Filme haben ja immer solche schöne gemalten Cover geschenkt bekommen. Und da hat man es dann immer überspitzt auch ein wenig dargestellt. Ich fand das völlig in Ordnung. Ansonsten kommt es mit so einem schicken Rahmen daher und gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann gucken wir uns den Spine an. Der ist sehr schlicht gehalten. Schön hier der Schriftzug in der Mitte zentriert. Hier unten haben wir nur Blu-ray und DVD draufstehen. Auf der Rückseite haben wir dann hier unseren Hauptcharakter Charles Bronson als Chino. Daneben haben wir die Inhaltsangabe. Ein Foto eben von ein paar Pferden. Passt ja auch zum Titel Wilde Pferde. Und darunter haben wir eben noch den Hinweis zum Regisseur, dass er eben auch schon die glorreichen Sieben inszeniert hat. Und darunter haben wir dann noch das ganz üppig ausgestattete Bonusmaterial hier. Alternative Breitbildfassung, Kino-Trailer, Interview mit dem Regisseur und weiteren Schauspielern haben wir hier draufstehen. Dann haben wir noch ein paar alternative Vorspannversionen, wie wir lesen können. Bildergalerie, 8mm Aufnahmen, also das Bonusmaterial. Ihr merkt es schon, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das Bonusmaterial kann sich definitiv sehen lassen. Und dann haben wir auch noch ein 24-seitiges Booklet von Nikolai Bühnemann. Soviel einmal zu den Äußerlichkeiten. Dann schlagen wir das Ganze einmal auf. Haben hier dann den Innenprint. Das ist sehr schön mit so einer Sepia-Tonung, die aber in der Druckstärke etwas zurückgenommen wurde. Hält sich dezent zurück. Auch hier das Gesicht von unserem Charles Bronson auf der Disc ist etwas dezenter dargestellt. Das passt. Und hier unten haben wir dann wie so ein älteres, vergilbtes Foto eben aus der damaligen Zeit. Finde ich klasse gemacht. Auch noch mit ein paar Abnutzungserscheinungen. Und ja, finde ich passt perfekt zu so einem Westernstreifen. Auch hier die Stärke des Papiers. Oder besser gesagt hier die Farbstärke etwas heller in der Mitte. Etwas dunkler am Rand. So wie eine Art Vignette. Finde ich auch eigentlich ganz gut gemacht. Also da hat man sich auf jeden Fall was überlegt. Dann schlagen wir das Ganze einmal auf. Haben hier eben den Titel nochmal. Wilde Pferde. Auf verlorenen Posten. John Sturges und wilde Pferde. Und dann geht es dann eben hier auch schon los mit dem Text. Etwas klein geraten ist es, muss ich sagen. Also für meine etwas betagten Augen. Etwas schwieriger zu lesen. Aber ich denke mal Leute, die nicht wie ich hier auf eine Brille verzichten, obwohl sie eine brauchen würden so langsam. Ja, die werden hier schon klarkommen. Die Seitenanzahl ist hier auch schön angegeben. Das gefällt mir gut. Und dann alles hier in diesem vergilbten Design. Wir merken, dass wir hier jede Menge Begleittext zum Film haben. Die Moderne des Western begann 1964 nirgendwo anders als in Italien mit Sergio Leone. Wunderbar. Dann haben wir hier ein schönes Porträt von unserem Charles Bronson. Einer der härtesten Typen Hollywoods damals. Hat mir sehr gut gefallen in seinen Rollen. Und ich mag die Filme mit ihm einfach. Es ist ein echt richtig cooler Typ. Ein echter Kerl. Damals waren die Kerle halt noch echte Männer heutzutage. Aber wollen wir das jetzt nicht weiter groß ausführen, gucken uns lieber an, was hier uns alles geboten wird. Und wir sehen, dass hier sehr viel Text dabei ist bei diesem 24-seitigen Booklet. Man hat größtenteils auf Bilder verzichtet. Ich denke mal Material wird es auch nicht allzu viel gegeben haben, um hier noch auf vernünftige Art und Weise mit einbinden zu können. Und bevor man dann jetzt irgendwelche Screenshots aus dem Film hier mit einbindet, finde ich das vollkommen okay. Und man uns hier dermaßen viel Text bietet. Also das ist wirklich klasse. Ein echter Mehrwert für Leute, die sich eben für ein Media Book entscheiden. Und eben nicht alles nur irgendwie irgendwo auf Wikipedia nachlesen wollen. Hier haben wir noch die ganze Literatur, die hier als Quelle gedient haben, um dieses äußerst umfangreiche Booklet zu schreiben. Gefällt mir sehr gut. Also großes Lob hier an den Nikolai. Und zu guter Letzt haben wir dann nochmal unseren Charles Bronson hier auch sehr dezent und in der Deckkraft zurückgenommen auf diesem letzten Blatt des Booklets. Hier hinten haben wir dann noch die weiteren Disks. Wir haben zwei Blu-ray Disks hier am Start. Hier haben wir noch die Breitbildfassung. Ja, und da habe ich noch einen Tipp für euch, einen Geheimtipp, falls ihr denn so wollt. Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Studio Kanal könnt ihr euch den Film angucken und zwar ganz legal in voller Länge in Full HD. Allerdings nicht in der Breitbildfassung. Hier also noch die Breitbildfassung mit am Start. Das finde ich super. Dann machen wir das Ganze mal auf. Dann haben wir hier unten noch die DVD. Nehmen wir das Ganze raus und haben hier dann noch so ein schönes Artwork mit dabei. Also, an sich ein richtig schönes Mediabook. Ja, ich weiß, nicht alle sind Freunde dieser kleinen Mediabooks und vor allem dieser etwas dickeren Mediabooks. Die unterscheiden sich ja doch etwas von den anderen Mediabooks. Das zeige ich euch jetzt noch zum Abschluss. Hier haben wir dann eben noch Cliff Walkers mit dabei und wir sehen, dass das Mediabook zu Wilde Pferde hier etwas dicker ist. Und es geht aber noch dicker, nämlich Vanillendemon. Das war aber ein 4-Disc-Mediabook, wie man hier oben schon anhand der Trace sehen kann. Und so habt ihr mal auch die unterschiedlichen Spines und so hier auf einen Blick. Vielleicht hilft es euch ja dann weiter, das Ganze besser einschätzen zu können, ob das was für eure Sammlung ist oder eben nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald und Servus!